Das Gigabyte GA2A-IEV-RH ist ein Mini-ITX-Mainboard für die AMD-Plattform mit AMD 690 oder 780 Chipsets und Adi Radeon HD3200 Grafik. Darauf sollten AMD Arlon X2 Prozessoren und auch Phenom-Prozessoren integriert werden können. Auch das hat einige moderne Schnittstellen wie HDMI, digitalen Videoausgang, zwei Dual Gigabit LAN-Ports, vier USB und noch HDTV-Composite-Videoausgang. Als eines der wenigen Mini-ITX-Mainboards hat es einen PCI-Express-Slot. Darauf lässt sich eine zusätzliche Grafikkarte integriert und wenn man eine ARTI-Grafikkarte reinbaut, sollte auch dieses Hybrid Crossfire möglich sein. Das ist ein PCI-Express-Main.